moin leute und herzlich willkommen zu der ersten folge snow runner hier auf meinem kanal ja ich habe hier schon ein bisschen vorgespielt ich habe das spiel auch noch nicht lang ich musste das ist auch erst mal so ein bisschen herausfinden wie es geht ich weiß es immer noch nicht so richtig wenn ihr da vielleicht tipps hat oder so schreibt es einfach gerne in die kommentare und ja wir sind ja gerade auf den weg da zu diesem turm wachturm dass wir da ein bisschen wieder was freischalten hier und ja ich muss noch zu diesen hier und diesen hier und diesen üben dann habe ich alle da so mit aufträgen kenne ich halt noch überhaupt nicht aus das ist so ich weiß auch nicht naja auch nur Ja, wenn es so bleiben würde, dann würde es eigentlich gehen. Oh ne, wie lange ist denn das jetzt? Oh, okay, ca. 70 Meter, hätte ich jetzt gesagt. Oh, man. Das sollte ich jetzt fischen. Sollte ich jetzt wenigstens wieder rauskommen? Weil nicht rauskommen wäre ein bisschen uncool. Oha. Oh, es ging. Ja, fahre ich da wenigstens richtig? Ja, okay, es geht. Immer da, aber ich hasse es in der Nacht zu fahren. Oh ne, hoffentlich komme ich hier durch. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Die Steuerung, das ist so, keine Ahnung, ohne Scheiss. Das ist eine. So. Zehn. Ja, Lul. Ja, was will ich denn da hinten? Wo ist denn der jetzt gerade? Oh, ne, ne? Wie kann das so scheiße sein? Egal, ich wollte zwar den einen weiter vorne, aber... So, jetzt brauche ich aber den weiter vorne. So, jetzt wird's schon besser. So, jetzt wird's schon besser. So, ein bisschen. Komm. Oha. Aber Leute, denkt natürlich dran, ne? Wenn's euch gefallen hat, lasst ihn auch nach oben da oder einfach lasst ihn auch nach oben da so. Das bricht ja keinen Finger oder so. Ich, ich fahr doch hier nicht richtig. Also, nö. Ich fahr jetzt einfach zu dem Punkt. Wieso soll ich denn da hinfahren und dann... so. Also, neue Streckenplanung. So. Und ne, und wieder in den Tiefschnee rein. Ja, klar. Ich komm nicht mal hier raus. Die Werbung auf YouTube, ne? Die... Die... Ich kenn zwar das nicht, aber okay. Oh nein, warte mal. Ich mach mal ganz... Wartet mal. Ich mach mal Musik an. So. Tja. Oh. Jetzt bin ich das richtig? Ja, okay. Oh, jetzt geht's. Ich hoffe ja, dass ich ankomme, also halt mit den Tanken, weil ich hab grad schon mal getankt. Ich weiß, dass ihr sie auch hört. Und dass die Tränen, die du hast, ich weiß, dass ihr sie hört. Ich bin vielleicht ein bisschen spät dran hier mit SnowRunner. Aber so Ansgert, so Nordrhein TV Play und McManus. Oh, 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 oh. Nordrhein TV Play, McManus und so, äh, Excel Volley. Keine Ahnung, ich hab echt keine Ahnung, wie man diesen Kanalnamen ausspricht, ohne Scheiße. Schreibt's mal in die Kommentare, wie man's ausspricht, ey. Oh, oh, oh. Scheiße, ich hab keine Ahnung, wie es geht. Oh. Eines war's auf Falsche. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Erstmal den Motor rausziehen hier aus dem Dreck Oh Mann ey Und so schnell wie möglich durch und nicht tief in das Wasser reinkommen Wo ist denn der? Oh wieso ist denn... Oh ne... Oh ne... Das war es dann wieder kommend jetzt Och Mann Oh Mann jetzt ist mein Motor einfach so halb kaputt Oh ok Oh die letzten paar Meter da zu dem Turm Und das könnte auch nochmal interessant werden Weil da vorne ich sehe ja den Turm schon Nur jetzt muss ich wieder durch Wasser Und das war bis jetzt nur... Ist bis jetzt nur einmal gut gegangen Aber dieses Wasser schaut nicht mal so tief aus Das Problem ist wenn ich mich da festfahre Ich habe keinen Windpunkt Zumindest schaut es aus Och sag nicht dass da das Wasser tiefer wird Komm Komm Boah du Sau So eine Wiesau ohne Scheiß ey Komm Wenn ich das hab dann berg ich mich Dass ich bei der Werkstatt bin Außer da ist noch irgendwas so in der Nähe Dann überlege ich mir das mal Aber ich habe erst nur noch den halben Tank voll Und ja Damit komme ich halt nicht weiter So jetzt gucken wir mal hier Äh Muss ich hier zurück Warte mal Sonst verfahre ich mich wieder So Da üben Da üben ist ein Tank auf Liga Vielleicht kann ich da tanken Ich weiß es nicht Wie gesagt Ich spiele das noch nicht so lange Und ich kenne mich auch noch nicht aus Komm Du Du alte Wiesau Ich Jetzt da nicht durchkomme Dann Ich fahr Ich fahr Durch das Land nicht so schnell Und das Wasser Ich fahr Ich fahr Sonst Jetzt geht es irgendwie. Das letzte Mal, wie ich gesagt habe, es geht. Oh, ich werde es gehangen danach. Aber anscheinend... Oh nein, nicht der Gegenform. Da ist der Tankanhänger. Es wäre noch geil, wenn ich tanken könnte. Das Problem ist halt, ich kann es auch nicht anhängen. 5 Meter zu fahren, ne? Ich mag viel mehr. wie soll ich denn da hinkommen oh mann ey ich müsste es nur an der kub spielen Multiplayer ist noch, oh nee, oder? so Nein. Das ist definitiv nicht gut. Nein. Oh Mann. Jetzt habe ich ein Upgrade bekommen. Ich müsste auf die behinderte andere Seite, aber ich komme damit hin. Nein. Oh nein. Da muss ich an der Top-Pokse sein. bleibt nichts anderes übrig aber Freunde das war's von dieser Folge SnowRunner wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da schreibt ein paar Tipps in die Kommentare und ja ich bedanke mich für das Zuschauen und ja tschüss und ciao